Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal SpieleWeltMV. Ich bin der Terra und wir wollen heute mal schauen, was das mit der neuen Season Polaritätswechsel da auf sich hat. Ja, wie schon im letzten Video gezeigt, da gibt es Global Event Aktivierung, bla bla bla. Also müssen wir mal F drücken. Agent Polaritätswechsel beim Nachraten. Belohnung, eine Belohnung können, äh, erste Belohnung können angefordert, eingefordert werden. Äh, achso, hier geht es erstmal mit Dings. Jedes Global Event verfügt über eine eigene tägliche Herausforderung und einzigartige Belohnungen. Naja, es gibt 10 Belohnungen, die es einzusammeln. Geld drücken sie, um ihre erste Belohnung anzusehen und abzuholen. Na, machen wir doch mal. Nicht angefordert, magnetisch. Sobald sie genügend Herausforderungen absolviert haben, können sie neue Belohnungen abholen. Die erste Belohnung ist jetzt verfügbar. Halten sie F gedrückt, um sie abzuholen. Machen wir. Bipolare Tötung. Aha. Okay. Scheinten auf, näher zu sein. So, sobald sie genügend... Da, 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 haben wir. Hm, ja, halten sie F, haben wir doch schon, haben wir doch schon. Achso, jede nicht abgeholte Belohnung steht hier bis zum Ende des Global Events zur Abholung bereit. Anschließend wird sie in ihrem Postfach hinzugefügt. Alles klar. So, die nächste wäre Aufstattungsanfertigungsbehälter, Waffenfertigungsbehälter, Season-Behälter. Oh, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Wollte eigentlich hier weiterschalten. Season-Behälter. Jo. Da kann was drin sein, was gut ist. Was gibt es noch? Mhm. 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 Exotischer Behälter. Ja, wenn das mal so wäre, wenn es gut wäre. Ja, ich weiß nicht. Sollen wir es testen? Sollen wir mal durchspielen? Das Ganze. Hm. Naja, gut. Da ist wieder ab Rang 9. Und wir kriegen wieder einen Anhänger hier als Glückspilz. Okay. Naja. Alles andere ist irgendwie ein bisschen langweilig gerade momentan. Wie immer. So, Herausforderung. Gegner mit positiver Polarität eliminieren. Oha. 0 von 200. Eliminieren Sie Gegner mit negativer Polarität mit Kopfschuss-Skills. Dürften wir hinkriegen. Gegner mit negativer Polarität eliminieren. Werden Sie... Oh, ja. Okay, Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4. Also am ersten Tag haben wir Datsche zu machen. Trupps wechseln. Gegner mit negativer Polarität eliminieren. Werden Sie Schadensstärkung erhalten? Schadensstärkung erhalten? Frage wie? Was damit meint? Polarität der gegnerischen Trupps wechseln? Brennende positiv geladen Gegner eliminieren. Achso, Brennende. Eine beliebige Haupteinsatz im Schwierigkeitsgrad schwer oder höher abschließen. Ja, momentan. Ich bin vorhin gerade in der Invasion gelaufen. Auf herausfordernd, wie ich ja immer spiele. Und das war, ich sag mal, easy peasy. Und das war aber auch trotzdem schön entspannt. Man musste nicht so rennen. Hehehe, wie bei dem anderen Zeitspiel. Man konnte sich so richtig Zeit lassen. Also, Gegner... Wird auch nicht vorgegeben, oder? Im Gang noch sechs Tage. Ja, ist klar. Dett, 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 dett. Belohnung ansehen. Track on screen. Wird es dann angezeigt? Im Bild? Achso. Offene Global Events. Alles klar. Ja, das schalten wir mal wieder aus. Das will das. Bekleidung wollte ich jetzt nicht. Da wollte ich rein. Weil das ist doch ein bisschen irritierend, wenn es da angezeigt wird. Tracking stoppen. Ja, gut. So, also ist das jetzt egal, was wir machen, oder was? Was war das eben gerade? Belohnung 1 freigeschaltet. Aufstellungs-Anfertigungsbehälter. Ja, gut. Alles klar. Alles klärchen. Bipolare Tötung. Belohnung 1 freigeschaltet. Ah, alles klar. Ach, da wollte ich gar nicht hin. So. Ich glaube, ist egal, was wir machen, ne? Wird ja nichts angezeigt, oder? Das ist ja hier die Fahndung. Also ist es schnurzpiepe. Ich sag mal, was machen wir denn hier aus? Lauter Frust, hätte man ja gesagt, aus langer Weile. Airspace Museum, ne? Airspace Museum, ne? Komm. Ja. Das machen wir mal. Und dann werden wir ja sehen, wie das sich da verhält mit dem Polaritätsgedöns. Sag ich mal. Bin gespannt, bin gespannt. Ja, und wie gesagt, also. Nicht in der letzten Folge, aber in dem Video, wo ich da die exotische Kiste aufgemacht habe. Das war ja... Black Tusk hat hier bereits Fuß gefasst. Es wird nicht einfach, sie wieder zu vertreiben. Okay, jetzt sind sie gekennzeichnet. Okay. Das geschützt. Kriegen wir das hier irgendwie rauf? Äh, kriegen wir dich rauf. Schade. Doch, hier. Äh, Gott. Aha, aha, aha. Also immer die blauen Leuchten, die können wir dann abschießen, oder was? Öh, die sind geblendet. Können wir nachladen, ganz in Ruhe. Achso, machen wir mal unsere Murmel. Oh, na klar. Na klar. Ihr seid ja wieder die Helden vom Elbeerfeld. Sitzen auch gerade ungünstig hier hinten. Warum auch immer ich mich hier positioniert habe. Eigentlich gehe ich eigentlich immer da vorne hin. Ha, 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 ha. Huh. Gott. Also ich darf die im blauen Leuchten, oder wat? Sie ist das richtig? Uuuuuh. Die stehen unter Strom. Wie immer. Ne, doch. Die gelben dürfen auch. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Doch, aus der Deckung gehauen. Ja, ist die Frage. Dürfen wir auf die roten hier? Na. Dürfen wir auf die blauen? Die stehen schon wieder unter Strom. Also wir haben es echt gut drauf, gerade. Warum ist unser Geschütz schon weg, oder wat? Jo. Warte mal. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Ja, 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 ja. Komm. Hey, ich wollte mir da hinwerfen. Lebensfunktionen kritisch. Ja, okay, 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 okay. Da war ich ein bisschen dämlich. Nicht auf die Flugdrohne wieder geachtet, um die. Ähm, naja, macht nix, macht nix. Wir geben nicht auf. Jetzt geht's aber los hier. Böp, 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 böp. Diesmal gehen wir gleich mal an der richtigen Stelle. Wo wir eigentlich hinwollten. Wachdienst ist einfach scheiße. Wachdienst ist einfach scheiße. Kriegen wir die nach acht Metern. Ja, stellen wir mal da hin. Wir machen alle fertig. A-Zoot wird anvisiert. Ach so, wenn die blauen sind, dürfen wir nicht. Oder was? Nee, dann dürfen wir nicht, ne? Dürfen nur die gelben. Alter. Jetzt haben wir dann aber wieder hier dicke, volle, volle Möhre. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Hallo, 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 hallooo! Diesmal seid ihr... Diesmal seid ihr gemein! Echt gemein! Alte! Die komische Lucy-Festschnitt oder was ist da? Das ist ja echt ätzend! Oh, 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 oh! Hä? Die müssen wir auch noch besser aufpassen. Komm, wir gehen mal wieder hier. Ja, ist klar! Dürfen wir die? HALTE! 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 HALTE Abschießen habe ich festgestellt, wenn... Wenn sie gelb sind? Alles klar. Na gut. So. Grüßen. Ach, wer will er denn hinkommen? Deko! Uff. Was denn? Blau oder Gelb? Oh, Alter. Zu langsam. Moment, lade nach! Blau oder Gelb? Nee, Blau nicht. Äh, Gelb nicht, ne? Genau, nur Blau. Ah, ich dachte, ich krieg den Thron von hier weg. Holla-di-Wald-Fee. Schon interessant, ne? Würde ich sagen. Dürfen wir die echt nicht wegballern? Das ist gemein. Mal so gesagt, ne? Mal gelinde gesagt. So. Okay. 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 Gott. Und? Wann werden die polarisiert? Oder die nicht? Hä? Komisch, ne? Also die nicht, oder wat? Oder wie soll dat gehen? Doch, jetzt ist wieder Blau, oder wat? Doch, jetzt dürfen wir. Okay. Ja, ist ein bisschen auch komisch. Jetzt dürfen wir bloß wieder Violett, oder wat? Höh, nein! Wo willst du denn hin? Terra! Ah! Also nicht mal so eben, äh, reinlaufen und gut, ne? Aber jetzt dürfen wir nur Blau, oder wat? Was soll der? Also, pff, ja. Ich sag mal, irgendwo Schwachsinnig, ne? Müssen wir jetzt so lange warten, bis sie sich umgewechselt haben? Naja, gut. Keine Spur vom Feind! Jetzt? Nee? Auch nicht. Hm. Blam, 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 blam. Wann dürfen wir denn? Irgendwie eigenartig. Sollen wir jetzt da durchlaufen, oder wat? Hä? Parkhaus erreichen. Ja, ja. Ja. Und da muss man hier irgendwas drücken. Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, wann, wie, wo, was hier funktioniert. Siehst du, schon stehen wir wieder unter Strom. Sollen wir das Geschütz erledigen lassen, oder wat? Siehst du was? Hier ist doch gar keiner mehr. Wir sind doch noch alleine. Schnack nicht. Bambadam, Bambam, 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 Bambam. Alte, Falte. Willst du mich echt ficken, oder wat? Komm. Wo kam das denn her? Weiß ich nicht. Kannst ja mal testen. Nee, das ist doch ein bisschen komisch, ne? Also, ich muss sagen, ist doch ein bisschen komisch. Ob ich mir das antue, weiß ich noch nicht. Weil, ja, ist gerade ein bisschen leicht verwirrend für mich. Entweder liegt es am Alter, oder wat? Oder ich bin echt gerade ein bisschen dämlich, um das zu verstehen. Hm, naja. Was sagt die Zeit? Alles abgelaufen? Oh Gott. Das wäre Blödsinn. Wieder brandende Granate da rein zu werfen. Da, höchstens. Uaaah. War das jetzt falsch wieder? Ich glaube, wenn man nur wieder jetzt gelb läuft, oder wat? Jo. Also, irgendwie finde ich das dämlich. Ehrlich gesagt. Finde ich irgendwie gerade irgendwie ein bisschen... ...hetzend. Die gelben dürfen wir, die anderen nicht. Okay. So. Also, blau liegt nur die... ...die da. Die... Der Blaue steht im Weg. Aha. Wie schön. Oh Gott. Ob das Spiel das interessanter macht, weiß ich es nicht. Ich mag ihn. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bezweifle das mal ganz stark. Achtung! Achtung! Was hat das? Was hat er denn? Ich glaube, das ist ein wenig zu sehen. Erst ging das um die Zeit, jetzt geht das hier um. Um Langsamkeit, oder was? Oder soll das bloß sagen, welche Reihenfolge du schießen sollst? Gibt's nichts zu looten hier? Ehrlich, Mann, ist doch nicht wahr. Ist nicht euer Ernst. Und hier gibt's auch nichts, oder? Doch, hier. Hopp. Ja, schrottig, schrottig, schrottig. Wie gesagt, ich weiß ja auch nicht, was das so zu bedeuten hat. So, jetzt dürfen wir... Es ist halt wieder blau. Na gut, lassn wir uns überraschen. Wir versuchen jetzt mal das Ding hier durchzuswitchen. Oh, ah, 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 ah. So, hopp. Medipack. Sprengmine hier, hätte man gesagt, hier. So. Unsere Brandgranate. Granate, granate. Lokales Netzwerk erkannt. Überprüfen Sie alle Terminals und Laptops, die Sie finden. Je mehr wir über die Blacktasks wissen, desto besser können wir reagieren. Ob hat hier jemand noch so gut ist hier oben? Oh, okay. Ok, also blau hab ich schon verstanden, dann dürfen wir. Oder? Na, wo seid ihr? Da kommt einer hoch, oder? Keine Sichtlinie, hier! Gott. Greift ihn! Da ist einer! Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Ist natürlich blöd, ne, wenn wir gerade hier... Ok. Wenn da so einer hochkommt, den du nicht schießen darfst. Äh, ist natürlich dumm. Das ist doch doof, ne? Aber er verpieselt sich wieder, zum Glück. Ist er immer noch hinter uns? Ja, ja, aber er wird angegriffen. Er läuft runter. Oh Gott. Den dürfen wir immer noch nicht... Also, er schießt mich dann auch nicht tot, oder was? Wo ist er jetzt? Wir dürfen ihn immer noch nicht, oder was? Weil wir... Er ist blau. Wir sind blau. So verstehe ich das gerade. Hm, 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 hm. Ach, ja. Also, macht irgendwie... Ist langweilig. Sag ich jetzt mal so. Na, Korg hat geschützt. Gut. Hm. Ja, also, wie gesagt, ich find's jetzt momentan gerade... ...noch langweilig. Vielleicht nichts daran, weil ich's noch nicht verstanden hab, worum's jetzt wirklich geht. Oder welche Reihenfolge wir schießen dürfen. Warum zeigt der da hoch? Ach, ist meine Murmel, ne? Kommt die jetzt mal zu mir hier. Na, besser ist das auch. So. Dann würde die mal kapiseln, die bleibt immer hinter. Asygetrisches Verschlüsselungsprotokoll erkannt. Installier Backdoor. Ich hoffe, wir bekommen was Interessantes zu sehen. Na, 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 na. Dann stehen wir wieder unter Strom. Dürfen wir die jetzt noch nicht? Hä? Den dürfen wir, okay. Jetzt dürfen wir den... Äh, nicht. Okay, okay. Also, wenn der immer so läuft hier, dann ist doch... Entdeckung! Okay. 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 Äh, wenn ich jetzt sterbe, geb ich auf. Entdeckung! Erwähnt! 75% abgeschlossen. Verbindung von außen getrennt. Mist, das Terminal wurde abgeschnitten. Ist es doch. Ja. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Miam. Mitverzögen. Das sind Funktionen kritisch. Ich weiß nicht, was wer sich den, ich sag mal in Anführungszeichen, diesen Quatsch jetzt hier einfallen lassen hat. Aber naja, gut. Ja, kann man lieber das Geschütz alles machen lassen, weil wenn sie denn durchgehen, haben wir, nehmen wir die unter Schock. Aber wie gesagt, vielleicht verstehe ich das auch gerade nicht so richtig. Ja, na klar. Also die dürfen wir jetzt nicht angreifen. Jetzt nur noch ihn hier, glaube ich, ne? Wenn er mal gucken würde. Ja, ja, ja. Da ist einer! Da ist einer, ja. Genau. Da dürfen wir nicht. Der macht uns, glaube ich, auch nix, ne? Ach komm. Nein! Nee, wir dürfen das nicht. Das ist... Ja, wenn da einer eine Erklärung hat, wie das gemeint ist, kann es ja gerne mal in den Kommentaren schreiben. Also blau zu blau dürfen wir nicht. Wir sind gerade blau da unten. Müssen wir jetzt warten. Echt jetzt. Ja, ja. Also ich finde es jetzt gerade nicht so berauschend. Muss ich mal so sagen. Aber er darf auf uns schießen, oder was? Oh, es scheinen auch welche zu sein. Ich will gehalten werden. Nicht das Geschütz. Das war doch kein blauer Leid. Ach, die blauen jetzt. Jetzt dürfen wir die... Okay. Ihmchen nicht. Ach, ihr hört es an meiner... a meine Stühne. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ja, wo ist er hin? Na, hier ist er. Schieß doch! Also, ich glaube, nach der Belohnung von der Westside-Liga mit dem XP-Behälter, äh, XP-Behälter, mit dem Exotic-Behälter, weil er doch aus Blödsinn drin ist, also sich dieser Aufwand in meinen Augen gar nicht lohnt. Sag ich mal. Ja, komm. Ich unterstütze dich! Ah, das Geschütz wird sein Problem! Weitersuchen! Lade nach! Gib alles! Ach, jetzt darf ich nicht, oder wann? Ja, 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 ja. Haben wir was droppen lassen, wenigstens was anständiges? Hm. 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 Nö, nicht wirklich. Gut. Also, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht, Junge. Wie schrottig das in Anführungszeichen auch wird. Haben wir noch den Luftballon? Ah, ne, ist bei der Invasion glaube ich nicht, ne, oder? Hm. Ach Gott, na, das wird ja jetzt Kack. Wie soll dat werden jetzt an der Stelle? Äh, Ähh. Okay, ist blau. Ja, danke. Ja, da dürfen wir nicht. Sollen wir jetzt echt so lange warten, bis das da weg ist, oder was? Nö, macht's doch keinen Spaß. Ehrlich gesagt, mir macht das jetzt gerade momentan keinen Spaß. Weil das doch nur echt frustend ist. So, müssen wir jetzt warten, bis er da von alleine weg ist, oder was? Wir können ihn ab und zu mal eingehen, aber dann kriegen wir selber wieder den Stromschlag. Ja, das führt eine ganz lange Folge. Einen Schuss höchstens, oder was? Geht das? Nur mit einem Schuss und zwei Schüsse nicht? Testen wir mal aus. Ne. Ja, setz mal deine Luftbombe ein. Genau, so ist fein. Setz eine Granate ein. Genau, brenne. Was soll das denn hier werden, wenn jetzt hier unten alle rauskommen? Boop. Man, man, ich ja, man, man, man hört mein Frust, ne? Ich würde auch gerne schießen, aber ich darf nicht. Warum auch eben, äh, das geht rum. Auf dem Goldenen warten hier, oder was? Na, ich... Wir haben gar keinen Stromschlag gekriegt im KD-Ark, jetzt sind wir auch blau. Also, ich find's, find's nicht so schön. Ach, alter Fall. Jetzt sind wir die Blaune. Was soll uns das jetzt bringen, hier dieses ganze Magnetisieren? Ich bin deinem System hierhergestellt. Kaffer! Halte durch, ich lade rauf. Gebt ihr von hier in Deckung! Noch einer. Vorsicht, Luftdintonation! Hopp, ja, Vorsicht! Sofortige medizinische Hilfe erforderlich Ehrlich? Ich find's gerade Nein Also ich find das ehrlich Ehrlich gesagt gerade mächtig zum Zum Kohoho Ja ihr wisst schon was ich sagen will Ich werde jetzt hier auch die Aufnahme abbrechen Weil für mich ist es nicht Berauschend das zu spielen Wenn da die Blauen sind Ich darf die Blauen nicht abschießen Dann muss ich warten bis da irgendwann mal irgendwo was passiert Also ich glaub ich hab's kapiert schon langsam Wenn ich blau bin Dann darf ich auf die Blauen schießen Dann bin ich sind andere rosane Zeichen, dann darf ich auf die Rosanen schießen und bin ich rot oder wie auch immer, dann darf ich die schießen. Ja, oder im Wechsel ist die, denn die schießt mich tot. Also wie gesagt, ich höre jetzt hier auf und ja, dann sehen wir uns vielleicht mal in der nächsten Folge wieder, aber ob ich das hier mache, da bin ich echt schwer am überlegen, ob ich das überhaupt noch so weiterspiele. Dann lasse ich diese Liga aus oder was sein soll. Diese Polarität und ja, wie gesagt, in dieser Exotik-Waffenkiste ist ja eh nur Schrott drin. Also Waffe bei mir jedenfalls und dann den Aufwand da nochmal zu betreiben, ich glaube, das lohnt sich nicht. Nicht für mich, also dann fahre mich lieber so durch die Gegend und versuche mein Equipment ein bisschen aufzurüsten. Ja, ansonsten ich hoffe, ihr habt trotzdem euren Spaß gehabt. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Ja, und dann sage ich mal, habt eine gute Zeit und bis denn. Bye, bye. Euer Terra.